Mein Name ist Kevin Rueck, ich bin 25 Jahre alt und komme von Hellas Verona. Ich bin ein dynamischer Spieler und sehr zweikunftsstark und hoffe, dass ich das auf die Manche bringen kann. Hallo liebe FCB-Fans, ich glaube, ihr kennt mich alle und wisst, dass sie schon ein paar Mal in diesem Stadion auflaufen dürfen. Ich freue mich sehr darauf, mal die Atmosphäre von der anderen Seite zu erleben, im Dress von Rot-Blau. Ich freue mich auf das erste Spiel, das ich hier auflaufen kann. Alle zusammen!